Boah! Ich glaube, ich bin hier zu früh! Oh Gott! Das Spiel ist jetzt eigentlich, ich glaube, noch in einem leichten... ...Stadium. Also ist jetzt nicht so, dass es total schwer hier wäre. Oh mein Gott! Erstmal... Schnuck, 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 schnuck! Gut, gut, reicht! Off? Hell? Off? Neue Gegner! Neue Gegner! Gargoyles! Bums! Okay, aber Gargoyles... Na, wollte ich sagen... Oh Gott! Gut! Okay... Oh, meine Güte! Äh... Hallo? Pfff... Weg, 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 weg! Und jetzt! Nein! Ich komm doch da nicht ran, oder? Ich komm doch da bestimmt nicht... War ja klar! Oh, das gibt's doch jetzt nicht! Was ist das denn? Gut, gut... Oh, Mann! Leute, es kann sich ja nur um Stunden handeln! Also, Archie hilft mit Feuerbällen! Ist ja klar! Was total schwachsinnig ist! Naja, es war schwacher Schaden... Eis... Beerdigung! So! Ist natürlich fehlgeschlagen! Ganz klar! Hallo! Gut! Oh, ja... Klaas! Wenn die Gegner so weit oben sind und mir dann folgen und ich sie nicht mehr irgendwie kriegen kann, dann ist das Ganze blöd! Oh nein! Noch ein Kampf! Hä? Froschisch! Ich liebe Froschisch! Archie macht... Äh... Ausbruch! Frosch ist... Ach, darf er werden! Ich bin vergiftet! Cool! Grosch! So, wir spät! Ich glaube, ich muss jeden Moment aufhören! Na, ein bisschen hab ich noch! Ich möchte auch nicht zu spät kommen! Es ist ja schließlich mein Leben, was da irgendwie zukunftsmäßig mit dranhängt in der Ausbildung! Ja, wir Frosch voll in die falsche Richtung und wir haben keinen Antidot oder wie! Dum 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 dum! Oh, nochmal! Dum 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 dum! Na, okay! Und... Kaputt machen! Jaaa! Frosch getötet! Okay, das sind doch die leichten Gegner! Wirklich Frösche! Immerhin, hallo! Wir treten hier gerade erst gegen Frösche an! Ich bin schon am Verrecken! Hilfe, Hilfe! Kampfeite... Leben... Medizin... Heil! Blup! Wo sind Apfel? Da sind Apfel! Da! Knopf, knopf, knopf... Na gut, brauchen wir das nicht! Egal! Weiter geht's! Hä? Hä? Oh nein! Lass mich doch in Ruhe! Gargoyles! Aber ich habe Dreck gemacht! Ja, es war so klar! Oh! Gehen, 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 gehen jetzt! Ui, Snow Lightning! Blablabla! Na, der Schaden war jetzt auch nicht... Oh! Älte! Eure Verteidigung! Und Mint hat gleich nichts mehr zum... Gut, ich glaube ich kann hier gleich wieder abhauen! Ja! Also hier war... Falsch, Leute, dass ich hier langgegangen bin! Ich wollte euch auch nur... Ich dachte, ich nehme was auf! Ich habe halt keinen Plan, wo ich lang muss! So'n Dreck! So'n Oberdreck! Das heißt mal wieder 1, 2 LPs für die Katz! Leute, es tut mir leid! Ich gebe mir doch so Mühe! Und ich bin aber auch noch so müde! Weil ich habe so wenig geschlafen! Und ich muss aber auch gleich los! Ich habe keinen Bock! Wir fliegen! Cool! Und wir kratzen! Und cool! Nein! Da oben ist ein Gegner! Mh... 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 und klar! Mh... Süß! Warum hast du jetzt deinen Beerdigen' nicht gemacht? Das ist doch Schwachsinn! Archie, beerdigen. Komm! Huah! Jetzt schlägt Düppel?! Also das ist eine Erzattacke, oder was? Ohh... Großer Kotz! Anfall meinerseits! Hier... Meine Güte, es klappt auch gar nichts mehr. Das ist der Wahnsinn. Ist denn los? Ja, Mint, du musst jetzt auch nicht irgendwie alle drei Sekunden hier machen. Äh. Hier. Ein Schaden genommen. Hier. Aber... Oh Gott. Oh Gott. Sieh. Bitte, bitte. Oh, komm schon. Alter. Ja, und... Ah, danke. Oh, Leute, ich kann nicht mehr. Oh, okay. Wir hauen hier ab. Irgendwie, ganz schnell. Oh, nein. Warum? Hä? Hm. No lightning. Richtig. Bums. Eins. Und dafür reicht es nicht mehr. Doch. Gut. Nummer eins. Was hältst du für... Ja, Mint, Alter. Mint, Alter. Ich hab dich irgendwie... Hallo, ich... Ah. So. Ey. Alter. Ich kriege echt schon einen kleinen Anfall, weil... Ey. Du wirst so weit oben. Du wirst so weit oben. Freundchen. Freundchen. Jetzt. Gut. Jetzt. Nein. Jetzt. Nein. Jetzt. Gut. Alter. Alter. Hallo. Komm doch mal ran. Ja, wenn ich weggehe, dann folgt er mir und ich kann nur so. Gut. Das klappt also doch. Oh, endlich. Ja, ich bin... Leider. Ich würde heute... Ich hab keinen Bock. Kennt ihr so eine Tage, wo ihr einfach mal... Null Bock auf irgendwas habt und einfach nur zu Hause bleiben wollt? Ja, so... So geht's mir gerade. Und zwar volle Kanne. Heilige Flasche, oder? Ich brauch diese heilige Flasche. H. A, B, C, ja. H, F, H, Heilige. Mal gucken, ob's überhaupt hilft. Wusch, wusch. Ja, und so. Ich will jetzt einfach nicht... Äh... Gleich losgehen. Dann in die Schule fahren. Dann vier Stunden über ein langweiliges Stück reden. Weil ich kenn es! Mein Gott, ich mach diese Ausbildung seit drei Jahren. Äh... Jetzt wär mal hier ganz gut. Danke. Und vielleicht nochmal hier? Äh... Aha. Also entweder kann man Mint so einstellen, dass sie gar nichts macht. Oder dass sie, äh... Nur was macht. Das ist ja echt eine interessante Logik. Egal. Ähm... Und ich mein... Entschuldigung, ich kenn das Stück. Ich mach die Ausbildung drei Jahre lang. Das ist doch klar, dass ich da nicht an Chillers Räubern blind vorbeilaufe. Aber nein, wir reden natürlich nochmal über das Stück und bla. Aber euch interessiert es gerade nicht, was ich zu erzählen habe. Also es tut mir leid. Ich wollte damit nur sagen, Leute, ich würde viel lieber zu Hause bleiben und dieses LP machen, was ihr eh erst morgen oder... Oder wenn ihr mal wieder so krank seid. Ne, jetzt geh ich mal nach Fireland oder Freeland. Weil eventuell gibt's da neue Waffen oder neues irgendwas. Ich brauch erstmal neue Sachen. Echt, ich bin so schwach für Morias Galerie. Äh, Morias Min. Bähem. Ihr sucht also den Schiff nach Freeland zusammen mit Verpflegung und Versicherung und das Azikol. Pro Person selbstverständlich. Hahaha. Ja. Lichtet den Anker! Gut. Ja, ich würde einfach viel lieber gern hierbleiben. Den ganzen Tag LPs aufnehmen. Und die könnt ihr dann heute hören, morgen. Immer, immer, wann ihr wollt. Aber es geht nicht. Wenn ich dann nicht erscheine, dann ist es auch kacke. Ähm. War mal Feuerland. Nehmen wir mal Eisgibiter. Erscheint mir am logischsten. Und Apfelbonbon. Nicht Apfel, sondern Apfelbonbon. Richtig. Und, naja, das dürfen wir eigentlich schaffen. Wo ist die Stadt? Auf der Karte, auf der Karte. Weiter nach rechts, weiter nach rechts. Kein Gegner, kein Gegner, kein Gegner, kein Gegner, kein Gegner. Okay, gut. Ist das geil. Die Musik ist voll cool. Mixbonbon. Ey, die Musik rockt. Yeah, rockt meine Hütte. Rex. Puh, ist's heiß hier. Jupp, ist es rexy, bexy, schnexy, hexxy, smaxxy, smaxxy. Okay, Waffenland. Ich importiere sowohl aus Midgard als auch aus Alvanista. Habt ihr keine eigenen Waffen? Oh nein. Doch. Ne. Oh nein. Oh nein. Ich dachte, ihr habt total tolle Padamahut. Cool. Oh nein. Du hier. Ne. Brett. Okay. Ob ich Matrose bin? Ne. Das ist nur die aktuelle Mode hier. Aber wie, es gibt hier keine coolen Waffen? Och, nö. Ich bin hier umsonst hergefahren. Mann, oh. Alles scheiße. Habt ihr neue Waffen? Irgendwas. Äh, ein Haus, eine Frau, ein Mann. Großer Mike. Wie, großer Mike? Okay. Die magische Seele des Feuers. Ifrit lebt in einer Höhle östlich von hier. Leider ist die Höhle nur bis zum Rand mit Monstern und Lava gefüllt. Ja, hab ich kein Problem mit. Ich hab ein Eisgebieter. Frostshock. Und dann, BAM, I cast Frostshock. Yeah. Okay. Wer's kennt, äh, ist es schön. Es werden wieder einige kennen. Ino, Shiro, ganz bestimmt. Heilige Flasche, einmal. Dunkle Flasche, nie im Leben. Ledermang, nein. Gold, nein. Spät, nein. Nein. Nein, nein. Erhört ein Maximum, nein. Hab ich schon. Mystique, klar. Silver Cape lässt Feuer zu 30... Jetzt hab ich's nicht gekauft. Ist auch egal. Tschüss, Brett. Äh, wä? Hieß ja Brett Mandy. Ich hab eine große Auswahl an Medizin für euch auf Lager. Bla, 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 bla. Du hast gar nichts auf Lager. In diesem Dorf scheint sich nie etwas zu ändern. Äh, langweilig. Moment, können wir hier nach unten gehen? Ne, nur du kannst da nach unten. Zu den Büchern. Geheime Spells. Will ich alle haben. Äh, das war's hier schon? Kommt, hört auf. Nur noch ein Fürthladen? Oh Gott. Dafür hab ich jetzt keine Zeit. Das mach ich das nächste Mal. Obwohl. Der Typ hier sah verdächtig aus. Wischcamper. Wir verstehen uns hier alle sehr gut in diesem Dorf. Etwas geheim zu halten ist praktisch. Unmöglich. Achso. Ich hab alles grad falsch betont und falsch vorgelesen. Pff. Ist es egal. Ich mach ja auch gleich Schluss, denn ich geh ins Inn. Und Motel 6. Ist ja klar. Rum, rum, rum. Jeder, äh, überall mal kurz ins Bett gelegt und... Ein Nachkopf, 45. Gute Nacht. Danke.